Wir bieten professionelle Unterstützung im individuellen Lernen an, auf allen Stufen und in allen Fächern, basiert auf unserem MIH-Prinzip. M für Methode, I für Inhalt und H für Haltung. KRIPS unterstützt Sie ganz individuell. Ein Beratungsgespräch zur Klärung der Ausgangslage und der Ziel hilft, die richtige Strategie und Vorgehensweise zu definieren. Wir bereiten jedes Jahr Schüler auf die Aufnahmeprüfung an weiterführende Schulen vor. Unsere kompetente KRIPS-Lehrkräfte wissen, auf was es ankommt, welche Anforderungen gestellt werden und wie Motivations- und Lernschwierigkeiten angegangen werden können. Ungefähr 90% unserer Schüler sind an den Aufnahmeprüfungen erfolgreich. Außerdem können Schüler aus der ganzen Deutschschweiz von unserem E-Learning-Angebot Französisch KRIPS zur Vorbereitung auf die Mittelschulprüfung profitieren. Der große Unterschied zu anderen E-Learning-Angeboten ist bei Französisch KRIPS die Betreuung. Eine kompetente französische Lehrkraft unterstützt und begleitet die Schüler während des gesamten Lernprozesses und sichert damit den Lernerfolg. Bei KRIPS steht der Lernende immer im Mittelpunkt. Wichtig für uns ist es, ein positives und anregendes Umfeld zu schaffen und dazu beizutragen, dass sie die gesteckten Ziele erfolgreich und motivierend erreichen. Gern können wir uns Sie oder Ihres Kindes im Lernen begleiten. Geist für uns.